Na dann tschau, mein Schnuckelchen. Und, ähm, verzeih mir wegen gestern Mäusebärchen. Denk an mich! Aber natürlich, mein Liebling. Ach, du bist so süß, wenn du willst, weißt du, wenn du lachst, hast du da zwei so glückliche kleine Grünchen? Hallö, hallo, Hallöchen. Wie geht's, wie steht's? Ach, auf die Minute genau, hä? Ihr seht also, wenn Matthias etwas verspricht, hält er Wort. Lieber Schwage, mein Schwesterherz. Hier ist ein Verlobungsring. Ui! Und die Leute da? Hä? Hä? Aha, du meinst wohl die Jungs. Es sind zwei, ähm, Agenten. Sicherheitsagenten der Bank. Ich hab sie als Begleiter engagiert, weil mir doch etwas mulmig war, so ganz allein. Er ist so wunderschön. Ich hatte schon ganz vergessen, wie wunderbar er ist. Mein Liebling, steck ihn mir an. Und zwar genau auf dieses Fingerchen. Guck. Es ist besser, wenn du ihn wegsteckst. Ja? Einen Moment, bitte. Darf ich kurz erlauben? Also, was soll das? Na, Mario, was soll das? Ich überprüfe nur, ob es der echte Verlobungsgericht ist. Das ist besser, wenn es oder es oder lusträgt, was soll das machen. Ja? Ja.